Wir reden noch ein bisschen. Herzlich willkommen zum Paarduell, meine Damen und Herren. Ja, wir hatten beim letzten Mal das Thema Biberbettwäsche. Mal gucken, was wir heute haben als Thema. Ja, ja, ja. Und wir haben ein Paar, ein junges Paar. Sie kommen aus Hamburg, sind natürlich frisch verliebt und wollen Anne und Frank schlagen. Gegner, ja, da stehen Sie und Sie werden es machen heute. Ich bin mir fast sicher. Herzlich willkommen, Wunschu Wollat und Timo Kiekbosch. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Euch auch. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja, du hast schon mal ein Lächeln, da wird man als Gegner gleich schwach und antwortet automatisch falsch. Wir haben gesagt, wir versuchen ja immer wieder was Neues, damit die beiden da ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Es tut mir so leid. Wir haben uns schon mehr gefreut über den Sieg. Es tut mir so leid. Schade. Ja, wir haben uns schon mehr gefreut über den Sieg, hat Anne gerade gesagt. Ja, wirklich. Tut mir leid. Hallo. 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 Sehr spannend. Wahnsinn. Tut mir leid. Alles gut. Alles, alles Gute euch. Und hier spielt 18.000 Euro ins Konto. Das ist doch was. Und morgen habe ich für euch, nicht weggehen, hierbleiben. Morgen habe ich für euch ein starkes Frauenteam. So viel verraten, die schauen mal aus dem Norden, aus Raxelburg. Schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020